Hallo und herzlich willkommen in unserem schönen Rasthof. Kommen Sie doch herein. Ich habe für Sie einen ganz besonderen Tisch reserviert. Und das ist er, unser Spezialtisch. In der angebauten Kiste ist Platz für Requisiten und für Olli. Er ist der Kopf des ganzen Unternehmens. Und er müsste schön die Klappe halten und da drin ganz, ganz leise sein. Da haben wir nur ein feines Blitzle. So, wissen Sie schon vielleicht, was Sie zu trinken möchten? Ein Bier, bitte. Ein Bier? Ach so. Möchten Sie ein helles, ein weißes Bier oder ein Pilz? Ein dunkles, ganz normales, helles Bier? Ja. So, jetzt ein helles, zum Wohlsein. Bitteschön. Und ein Wasser. Danke. So, einen Augenblick noch, gell? Ja, ja. So, was war es jetzt bei Ihnen, bitte? Bitte. Das ist ja ein Bier. Und jetzt kommt Ollis Hydraulikpumpe in Aktion. Damit kann der Tisch angehoben werden, heimlich, still und leise. Und jetzt kommt Ollis Hydraulikpumpe in Aktion. Und man sagt, ja, sauer machen, lustig. Ein unbemerkter Moment genügt, schon ist alles passiert. Das wird ja immer sauerer. Echt? Machst du mal meinen probieren? Warte mal. Das ist so ein Essig. Wo ist denn der hier? Das ist doch der dauernd sauger. Probier mal meinen, der ist gut. Den kannst du ja gar nicht trinken. Das ist Essig. Der ist 100 Zentimeter. Ich glaube so, ja. Ich sehe das. Machst du jetzt aufhör. Mach den jetzt her. Der kann aufhör. Glaubst du? Jetzt schauen wir mal, was man alles mit einem Magneten machen kann. Den bringt Olli unter der Tischplatte zum Einsatz. Ja, das ist so. Also. Ich bin okay. Probier ich schon. Natürlich sind auch unsere Kassen magnetisch. Aber noch nichts, weiß es nicht. Okay. Das ist toll. Oh, ich fahre schon mal. Oh, es ist ein Kaffee. Oh, okay. Aber jetzt ist es freilich, du hast etwas... Nein, was ist das? Du schiffst doch nicht. Das geht gar nicht. Ich bin auch gerade gehört. Der geht auf. Nein, du wirst es. Ja, das war schon sehr. Neust du das nicht? Das war ein Sturm. Was ist das nicht, dass der Tisch ver... Was ist das nicht? Mensch, ich bin blöd. Was ist das? Ich bin entdeckt. Der geht auf den Tisch. Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Ich hab doch einen Scammi-Spieß bestellt, oder? Kommt der jetzt so drauf? Der war doch sonst noch nie tot. Er ist erratet. Du brauchst das nicht, dass er aufgehört? Nein, fünf Zentimeter pro Minute. So, das andere ist nach oben. O. Du brauchst die Masse. Ich bin dein Sohn. Es wird langsam gehalten, oder? Ja, du, du. Du kommst die Beide. Du kommst die Beide. Du lässt dich verarschen. Der lässt dich verarschen. Ich weiss ja nicht, dass der Tisch ruf auf dem Ort. Ich habe es nicht auf dem Ort gemessen. Ich muss nicht essen. So, ist alles recht so? Ja, passt wunderbar. Verstehen Sie beide Spaß? Ja. Kennen Sie die Sendung Verstehen Sie Spaß? Ja. In der ARD? Herzlich willkommen. Vielen Dank.